So, und weiter geht's Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Und wir kommen immer weiter Dann haben sie da aber ne Menge Quests rausgenommen Oh mein Gott Ach du heilige Scheiße Hier ist ein Jäger und ein Beschwörer Die sind alleine Also der Jäger ist bei 76 Millionen Abysspunkten Und der Beschwörer ist bei fast 72 Millionen Abysspunkten Oh, das hört sich schonmal Nach Langeweile an Und ne Rang 8 Legion Fanatics auf Elios Seite mit 68 Mitgliedern ist bei 1.550.601.038 Und auf El Asmo Seite gibt's zwei die über ne Milliarde Abysspoints haben Legion Der Rang 8 Legion Ja Das ist aber dann noch nicht gut oder? Rang 8 ist Maximum von der Legion Achso Da muss man sich mal vorstellen Die 68 Mitglieder haben zusammen 1.5 Milliarden Abysspoints Ja, da sieht man mal wieder wieviel lange weiter man haben muss Für Arjon So und du sagst das jetzt in so ein Stückchen Wasser hier unten einfach Ja, neben der Statue, da muss irgendwo das sein Stimmt, hier geht's einfach so eine Schräge runter und hier liegt er direkt im Wasser Da hatte ich am Anfang runter geguckt aber das Ding erscheint erst wenn du Ähm wirklich näher dran bist Ja, siehst du mal Ja, super Ja, super Danke Delva, dass ich nun wieder vollständig bin Ich bin Jogos, Priester des Zunionsschreins Vor 1000 Jahren hat mich Mersnam Theda verflucht die Ewigkeit als Schaden zu verbringen Und in diesen Jahren zerfiel mein Schrein zu Staub und Trümmern Aber wo ihr Ruinen seht, gehen meine Augen die alte Pracht Und ich bin immer noch ihr Priester Danke Delva des Schicksals Möge mein Segen euch Stärke und Mut verlieben Klopp, Kopf wieder weg Ach klar Wo hast du die her? Hä? Die Jack in the Box, wo hast du die her? Achso, die habe ich... gekriegt Wo liegt jetzt der Kopf? Äh, da unten In dem Wassertümpel Guck, ich springe einfach runter Ist auch hier unten Ja, ja, da unten in der Mitte direkt Es sah auch sehr graziös aus, wie du da runtergesprungen bist Ja, gut, mal sehen Oh, mit Videosequenz, hallelujah Mhm Da nebenbei direkt nochmal ein bisschen Terragon sammeln Oh, und jetzt der Kopf wieder ab Möö, lustig Ja Ganzes Stadion weg Ja, das ist halt wieder Bauberei Das ist magic Aber Hauptsache der Kopf ist wieder da Ja Dann wieder ab So, ich lauf mal weiter meinen Pilz sammeln Ja, tu, seine Pilze immer Was soll ich machen, wenn er fehlt Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay Da, 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 da Sammeln Und nochmal sammeln So, und jetzt den Scroll reinhauen dann Und jetzt kann ich die auch hier abgeben, die Kräfte, oder? Ja, okay 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 Lauf, lauf, lauf Aber ich glaub nach der einen Folge ist dann erstmal hier wieder Schicht im Schacht Ist schon wieder spät 1 Uhr Ja, so jetzt wo es anfängt Spaß zu machen Ja, ich hänge im Bus Ja, ich hänge im Bus, wuuuuh Ja, ich hänge im Bus, wuuuuh Ja, weil du einfach nichts für deine Umwelt zuguckst Als ob das so spannend ist, wie du da im Busch hängen bleibst Ja, das ist sehr spannend Ihr habt keinen freien, ihr habt keinen freien Blick aufs Ziel Ach so jetzt Äh Lade mir mal kurz noch einen bevor du's tötest Hm? Lade den Typen mal wieder einen bevor du's tötest, der braucht den auch Hm Wer stört meinen Schlummer? Ja, ihr wollt jetzt auf der Schacht Ja, Spalterlos berichterstatten, ja wir questen trotzdem Spalterlos Wir questen da trotzdem da unten noch diese da oben, die man uns sehen möchte Ja die Seuchenplummer und die Rätselsteine und Ja, aber ich finde es schade, dass sie einige Quests ganz rausgenommen haben, die so schön hier in die Story mit reingepasst haben. Wieso? Da musste man dann erst unten noch in dem See was machen. Apropos unten in dem See, da müssen wir auch noch den Ring holen, bitte. Ring? Der Ring, der ist doch bei der Ellun-Mündung, also links von Vertoron irgendwo. Hä? Stand das nicht in dem Quest-Text dabei? Ellun-River-Maus. Ring, ja, Altenos-Ehering. Ja, okay. Hast nichts gesagt, nee. Nee. Ich habe auch nichts gehört. Das schneiden wir raus. Das merkt gar keiner. Wenn du weiter Tropfen reitest, ist es schon. Und was sagst du, ist der Ring-Mob da? Weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil ich habe kein Glück für so was. Und selbst wenn, gehen wir einfach wieder auf den Ding-Server, da sind sie immer da. Ja, ach. Bei dem ist es sowieso halbwegs egal. Von daher. Hier, ist das nicht Agent-Elios-Spirit? Ist das die Augen-Rammer? Hä? Die normalen Elios-Spirits nicht. Ach so, der sieht nur so aus wie... Ach so. Und, ist er da? Das ist kein gültiges Ziel. Nö. Okay, Hilfe. Kommt gerade nicht hoch. Oh. Ja, Flugzeit. Habe ich schon einmal. Nimm du. Ich brauche die nicht. Wer wieder nehme ich denn? So. Du bist derjenige, der Äther sammeln darf, dann. Ja, das werde ich dann demnächst mal heimlich und still, wenn keiner im Zugrucht machen. Ist das das Einzige, was wir hier machen müssen? Ja, die Steine sammeln und die Plumas dann im nächsten Teil töten. Aber wir kriegen gleich hier noch ein paar Quests in dem... Wollte ich schon sagen. Teil. Aber ja, hier sind echt ein paar Leute unterwegs. Lass uns mal die Quests holen. Hä? Was ist das denn jetzt? Also da unten? Ach da. Wie? Anitas, bitte. Sprecht mit Anita. Was ist doch hier? Oh. Äh, sind wir hier richtig? Ja, hier soll auf jeden Fall Anita sein. Ah, es kann sein, dass die die gerade kaputt gehauen hatten. Hier, ach da. Das ist Klage, Anita. Hm? Ja, oder wir kommen hier nachts mal wieder. Ich würde sagen, wir müssen nachts wiederkommen. Wie spät haben wir es? Ähm... Es ist nachts. Es ist nachts, okay. Dann müssen wir vielleicht tagsüber wiederkommen. Das hört sich wohl schon besser an. Naja, egal. Dann gehen wir weiter. Oh ne, hier, diese Steine noch mal. Da, du. Da, du. Boah. Für mich nochmal wieder alles pulzt. Ja, aber ich freue mich ja dann genau. Ohne Worte. 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 Guten Tag. Yay, Carl Golems. Ja. Wünsch dir etwas von mir? Und die Geister. Wünsch dir etwas von mir? Nachts Elios Geister jagen. Tagsüber sind wir keine Geister. Hm? Wir müssen dann jetzt noch die Nacht ausnutzen und die Geister schnell töten, ne? Guten Tag. Es war mir ein Vergnügen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich war so Huku, Fieber und Wubu-Sache. Ja. Wie gesagt, Hauptsache wir kriegen die Elios Geister noch schnell So lange wie Nacht ist Jo, jetzt spätzt Ich zieh gleich meine Gotteskraft Was ist das denn? Äh, brauchst du für Waffen und so einen Scherz oder immer? Das ist das falsche Ziel Ich hole wieder alles her Oh, oh, oh BAM, 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 BAM Die hast du noch gekriegt von mir, oder? Guck mal, ob du den auch bekommst. Ja, ich bin fast daneben. Da fehlt nämlich nur noch ein Geist jetzt. Wollen wir noch Rätselsteine mitnehmen? Ah, respawn. Hier fehlt ein Geist? Ja. Hier fehlt noch ein paar mehr. Fehlt jetzt noch einer. Oh, jetzt habe ich auch alle Geister. Oh, ein Design. Ach, habe ich schon. Noch ein Rätselstein und vier Carl Golem. So, Ruka. Ja, ist wieder extrem spannend, sammeln. Aber über den Ruka bin ich extrem drüber. Es braucht gerade mal 25 Punkte, da kannst du deine eigenen 10 sammeln. Gute Nacht zusammen. Jo, gute Nacht. Sehr höflich. Arne, immer, immer, immer. Hm? Immer. Ich kenne ihn ja nicht, von daher. Ja, es gibt einige, die dann komplett einmal durch die Channels im Teamspeak gehen. Zumindest von der Final Fantasy Gilde und so. Und sich dann noch bei den bekannten Gesichern verabschieden oder so. Mann, das sind die Wunschte ganz gut. Ja, ich kriege es in das Ziel. Ja, die 3 werden. Ohne Applause, die 4 zu Meister. Das kann man dann sehen. Das muss man damit sammeln. Ich kann doch sagen... Das sollen die 50 könnten das sogar fast selber machen, oder? Das könnte ich auch selber sammeln. Ich hab davon schon drei. Boah Cheetor Irgendwie finde ich das scheiße Was? Du bekommst 107 Damage Vom Adafne Hallo? 100 blieben Damage? Von so'n billigem Mop? Chlor Ist das Level 17? Ich bin Level 20 Mann So, Carl Golems habe ich auch alle Jetzt musst du noch die Sammeldinger machen Und die Plume 2 Golems habe ich alle nicht mitbekommen Das sind Sachen die du aufsammeln musstest Achso Achso, doch habe ich Wie viele Ruka brauche ich? Ich brauche noch 3 Ruka und 2 Rubus Ich brauche noch Dann noch Buko Aber dann auch noch 2 Mobs vorher Aber dann auch noch 2 Mobs vorher Ja Ja Sieht gut aus Ja Zaaack, nehmen wir es auch voll So So Solchen Plume Ach die Seuchen Plume sind die Viecher die hier kommen wenn es tags ist Ah Fiese Quests Bitte? Fiese Quests gibt es hier noch du So So Einen noch Dann habe ich Ruka fertig Bore ich nur noch dieses andere Wie heißt das? Rubus? Wo bin ich denn das? Auch hier oben ne? Ja. Da sammle ich so lange schon mal ja noch das nächste Zeug für dich, für uns. Den kannst du schon wieder was sammeln? Nö, ich sammle ja auch dieses Dardo, dieser... Sieht aus wie Rettich. Und es gibt mir Skill-Punkt, das ist das Wichtigste. Ja, was brauch ich denn noch? Achso, ich brauch noch so'n Stone und Dinge. ...Curious Stone Fragment. Ihr habt eine Stunde gespielt. Oh... Sowas aber auch. Oh ne... Ah, geh weg. Oder bei Sammeln auch 60... Auf 60? Ja. Ging aber echt schnell, dann hoch noch. Gibt's eigentlich neue Heiltränke mit Level 20? Du kriegst durchgehend irgendwelche neuen. Ich heile mich langsam nicht mehr genug, sonst sterb ich bei dir. Ja. Du musst auch die Gegner einfach nur töten, bevor sie dich töten. Naja, wenn das mal so einfach wär. Ich brauch ja keine 2 Millionen Schaden. Guten Tag. Ja. Ammonie erführt. Crits. Blocken und Blocken brauchen wir nicht. Angriff. Oh, Magieverstärkung. Steine ich schon schon 3 Stück wieder. Sehr geil. Kommt jederzeit wieder. Ah, diese Pausen. Die hab ich wieder sucht. Guten Tag. Ammon. Erst mal hier die Quest wieder abgeben. Wünscht ihr etwas von mir? Guten Tag. Oh, 40 Bronze Coins. Ja. Ja, ich bin mittlerweile auch bei 8 von diesen Eisenmünzen. Notfalls kaufen wir dann das 17er Zeug zusammen einfach. Ja. Ja, das was du halt noch brauchst, dann Waffe und so zum Beispiel. Können wir dir ja kaufen, dann gebe ich dir meine Münzen und dann... Ey, Aua, Hilfe! Willst du von mir? Geh weg! Wieso hast du da schon wieder so ein Vieh am Wickel? Halte dich einfach zu Tode. Und es hat nicht geklappt. Aber das hier. Zack. Essenzgewinnung 80. Ich bin nicht gestorben. Haha. Ich bin gerade mal ein Level über dir, hab aber mal eben 900 mehr HP, ne? Ja, da sieht man mal wieder, was für ein Equip-Vorteil du hast. Ja, ich habe auch angefangen die Rüstungsteile zu plussen. Es gibt halt auch HP Boost. Achso. Ja. Achso. Ja. Ist das... Ist das Dämmerung oder ist das Tag oder...? Oh. Nacht Nacht. Ich weiß nicht, weil das Zeichen halt anders geworden ist. Nee, bei mir nicht. Nicht? Bei mir ist... So ein komisches mit so einem hellen... Also zumindest dieser... Dieser Mond ist nicht mehr da. Bei mir ist immer noch der Mond, alles noch. Okay. Aber... Die... Komischen Typen sind glaube ich eh weg. Also... Nee, die Geister sind noch da. Echt? Jaja. Das ist auch cool. Wenn du gerade im Chat guckst, ähm... Mana Stein mit Magieverstärkung und magische Prezi. Als Kombiding. Achso. Ja. Nett, nett, ne? Was verkauft der denn hier so schön? Ah, schön. Das ist das falsche Ziel. Ui, Elementarsteine. Ich glaube, ich fahre mir ein bisschen. Was fragst du? Ja, wenn hier die Elementarsteine ab und zu mal drin sind, finde ich das gar nicht so schlecht. Ja. Alle heilen. Achso, hier Elementarsteine halt auch noch 6 Stück. Ja, 25. Das ist ganz okay. Ja, 25. Das ist ganz okay. Es ist nicht so einer, den der auf andere anwendest, sondern den der, wenn du tot bist, auf dich selbst anwendest. Den kannst du aber auch auf andere anwenden. Den kannst du auch auf andere, genau. Das ist korrekt. Aber dafür finde ich sie zu schade, weil man die normalen auch so kaufen kann, die weißen. Und dann zum Beispiel, was ich da bin. Was machst du jetzt gerade? Ich fahre mir gerade noch ein paar von den Viechern, die dann hoffen, wie es Tag wird. Ich fahre mir gerade noch ein paar von den Viechern und dann hoffen, wie es Tag wird. Ja. 100 laufrollen für 20 prozent tempo ja ist echt krass also langsam könnte es wirklich mal tag werden es ist fünf uhr warum haben eigentlich andere immer so viel glück inwiefern einer hat hier schon volles sowie du es hat nichts mit glück zu tun ich habe mich davon eine stunde lang hingestellt nichts mit glück zu tun doch es muss ja auch trocken ja gut wie oft habe ich dann teilweise die viecher getroppt gekillt sechs sieben mal mein problem die geister gehen schon zu boden was ein zufall magic und die leute werden spaß haben wenn sie sich das angucken dafür ist das ja gedacht aber ich bin schon wieder über 30 minuten ich mache hier noch mal einen cut und wir machen einfach noch ein paar weil ich wollte eigentlich unbedingt die quest hier gerade weil es gleich tag ist machen also noch ein Untertitelung des ZDF, 2020